Roulette Freiflug ins Casino Singapure, selten Sie seltsam kennen Sie oder die seltsam kennen Sie werte Gambler, jetzt geht's wieder los, als weltweit führender Roulette Wissenschaftler rennen mir die Casinos inzwischen die Türen ein. Nun hat sich das neue Casino in Singapure gemeldet und man will Europalen Gambler. Man hat mir fürs erste 12 Freiflugtickets mit der Singapure Airways für diesen Monat angeboten, ebenfalls kostenlose Logie. Spielen Geld gibt's aber nicht, Geld muss mitgebracht werden. Ich denke nur ans letzte Weekend, wo wir zu neun Personen im Casino Guam im Pazifik waren und deutlich gewonnen haben. Einige sind ja noch dort geblieben und zocken weiter. Also, nun gibt's für April noch 12 Freiflüge inklusive. Freihotel zu vergeben. Am besten schauen Sie sich im Internet an, wie es in dem Casino aussieht und was für ein Tempel das ist. Wer Interesse hat, den Termin im April 2013 muss ich noch bestimmen, möge sich am besten melden, kurz unter, laurencescott.googlemail.com Natürlich bin ich auch wieder dabei, der Flug nach Singapure von Europe dauert etwa 13 Stunden. Auch werde ich versuchen anhand der bisherigen Permanenzen ein möglichst sicheres Gewinnsystem auszutüfteln. Bisher hat es ja immer geklappt, bestens und mit dicken Gewinnen sind wir zurückgekommen. Allerdings liegt für dieses neue Casino in Singapure noch nicht so viel Datenmaterial vor. Seltsam kennt sie.